Hallo und herzlich willkommen zur aller kleinen Runde PvP. Mal wieder hier bei mir. Und zwar mein Lieblings-Pvp, One in the Chamber. Ja, 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 ja. Es ist halb 10 Uhr abends auf einem Donnerstag. Ich bin auf Hive. Ich bin fast sofort in eine Lobby gekommen. Ich bin auf Candyland, da kann ich auch mitleben. Auch wenn es Maps gibt, die ich lieber mag. Und ich habe daneben geschossen, aber er auch. Und ich habe den Down. Und der kriegt jetzt einen Fall von mir, wenn es nicht so lacken würde. Warum lackt das so? Das finde ich jetzt aber derbe uncool, ne? Warum hat das gelaggt? Ich renne da nicht um nichts, ne? Null, da ist er ausgeliehen. Nein, ich wollte gerade... Da hat er mich erwischt. Nein, ach, jetzt habe ich meinen Pfeif verschossen. Äh, was war das? Das sah aber gerade sehr seltsam aus. Und der ist afk. Das ist mein Kill. Aber der will irgendwo hin. Den kriege ich etwa auch. Und da habe ich vorbeigeschossen. Scheiße. Alter, warum hat er mich so gut getroffen? Das finde ich okay, finde ich okay. Wir haben erst fünf Kills und wir haben nur noch zwei Leben. Das läuft heute aber nicht gut bei uns, für uns. Eins, zwei... Jetzt haben wir schon mal sieben Kills. Aber... Öster hat schon zwölf, ey. Ja! Die bekriegen sich gegenseitig und ich kriege keinen von den beiden. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Einfach mal reinziehen. Jawohl. Nein! War das unser... Das war unser letztes Leben. Oh mein Gott, ich habe nicht nach hinten geguckt. Naja, acht... Okay, jetzt ist da auch schon mal was. Dann hatte ich hier und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ähm, eine neue Runde Candyland. Ich habe... Hm... Ich sage, das wird irgendwann echt nochmal mein Ding, mein Markenzeichen. Ich habe mich schon wieder vergessen. Die Stoppuhr zu stellen. Nein! Ich habe ihn nicht getroffen. Ich muss ihn töten. Töten! Töten! Und ich da auch töten! Das ist mein Kill. Du bist auch mein Kill. Ich habe noch einen voll. War ich den anderen nicht gekommen? Ich weiß es gerade nicht. Nein! Ja, das hat mich auch nicht getroffen. Jawohl. Na! Ja, klar! Der hat voll gesessen, der... ...Schuss. Er hätte das gewusst, dass ich fast down bin, wenn er sich den Schuss sparen kann. Der hat mich aufgepasst, als er gespawnt ist. Nein! Ja, ich wusste, dass er... ...dass er da steht. Und hier, scheiß Spawn-Camper. Das habt ihr genau gesehen. Wie der hier stand und nur auf den Spawn gezielt hat, ne? Ihr habt es genau gesehen. Nein! Nein! Was ist auch? Alter! Greift er hier alle Kills ab? Ich glaub's ja nicht. Ich hab sieben. Der Höchst hat zehn. Das ist bestimmt der von ihm. Der abgeräumt hat. Der hat bestimmt zehn Kills. Nein! Ich hab dich getroffen. Ich muss schnell rein. Ich muss schnell rein. Ich muss hier... ...die schnappen. Nein, da nicht... Nein! Wow! Der hier wieder. Der Spawn-Camper. Deswegen hat er auch so viele Kids. Seht ihr? Der kann mich nicht... ...außer... ...Spawn-Camping. So ist das nämlich. Ich hab jetzt schon zehn. Der hat bestimmt... ...ein paar Mal mehr. ...spawn-Camping gemacht. Das ist ja der G.H. Play, ne? Trägiger Spawn-Camper, ey. Ja, falls du irgendwann zufällig meine Videos siehst... ...das kann der auch nicht abstreiten. Das war so offensichtlich. Und ich hab's in der Aufnahme. Oh! Ah, du blöder Idiot, ey. Ich wollte dich abschießen. ...dass keiner, äh... ...hier ist. Da wurde abgefangen. Der wurde sowas von abgefangen. Kannst du doch sagen, was du willst. Kannst du sagen, was du willst. Der wurde abgefangen. Oh, hallo. Der hätte sitzen müssen, der Schuss. So geht der. Ich bin mittlerweile relativ zielsicher. Das Spiel gleich vorbei, ja. Ich hab 14 Kills. Och, kommt, Leute. 14 ist echt nicht viel. Lebt noch einer. Da lebt noch einer. Oh! Der flog eh nicht weit genug. Ach, hab ihn gewonnen. Ja, 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 ja. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Äh, ich lass ihn mal direkt laufen. Ich hab jetzt leider vergessen, die Uhr zu stellen. Also ich so, wir sind wieder direkt wieder drauf auf einem. Ist doch wunderbar. Äh, versuchen wir einfach wieder gegen dieselben Leute zu gewinnen. Ja, zwei Runden. Ich glaub, ich mach drei, vier Runden. Ich weiß grad nicht, wie lange dauert sein Spiel. Drei Minuten? Vier Minuten? Ich glaub, wenn wir drei, vier Aufnahmen haben, dann sollte das reichen. Die nächste cutte ich auch wieder, weil dann sparen wir uns wieder ein bisschen Zeit. Blablub. Und Skype wird wieder gespammt. Ey, das ist so schlimm. Jetzt hätte ich jetzt halt da in der Konfi irgendwelche Fotos am Posten. Naja, aber es interessiert uns jetzt ja auch nicht. Wir machen hier schön PvP. Ich muss ja allen jetzt, äh, zeigen, dass ich, äh, gut in PvP bin. Das muss ich natürlich nicht, aber hab's doch schon ein paar Kommentare bekommen. Dass ich ja gar nicht so schlecht bin, wie ich manchmal behaupte. Nein. Ja. Das ist aber auch nicht getroffen. Ja, da kommt der an und staubt ab, ne? Das gibt's ja nicht. Nein, okay. Ja, da hab ich schon beim Schießen gemerkt, aua, dass ich zu früh losgelassen hab. Ja, guck lieber, der da oben kommt, Junge. Hinter euch, Jungs. Hinter euch. Nein, den wollte ich haben, ey. Schießt noch einer von hinten. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Und absterben. Nein. Der schon wieder. Verdammt. Oh, Mann, ey. Manchmal muss ich einfach versuchen, die auszutricksen. Das... Oh, ey. Das gibt's nicht. Ich will den. Ich will den. Oh. Leute. Wir sind fast tot. Leute. Wir sind fast tot. Leute. Wir sind tot. Ach. Da ist einer. Das ist ein Leere. Nein. Nicht getroffen. Okay. Jetzt müssen wir schnell. Schnell sein und töten. Jawohl. Nein. Du hast den bekommen. Das war meiner. Und das war auch meiner. Und du bist jetzt tot, ey. Und da hinten. Den habe ich nicht getroffen. Scheiße. Aber mit, äh, drei Herzen renne ich jetzt nicht zu denen. Da renne ich lieber weg und gucke, ob ich irgendwelche im Kampf erwische. Äh. Guter Trick hier. Ist auch immer... Oh, Mann, ey. Ja, dann bin ich fast tot und dann kommt wieder ein anderer an, ey. Äh. Guter Trick halt hier oder einfach ein Tipp ist, versuch so wenig wie möglich gerade zu laufen oder so wenig wie möglich die kürzesten Wege. Also, ernsthaft, ne, weil... Man versucht ja immer die, äh, Laufrichtung von den Leuten zu erkennen. Jawohl. Alter. Das lief gut. Das lief gut. Das lief nicht gut. Aber er will hier... Nein! Und wir sind tot und wir sind raus und wir haben nur elf geschafft oder so. Zumindest kürzeln auch schwer vorbei. Ah, okay. Dann könnten wir jetzt auch noch ne Runde... So, und herzlich willkommen zurück und, äh, zur ersten Mal letzten Runde One in the Chamber für heute. Äh, eigentlich wäre ich scheiße auf Wild Wild West gewesen, aber ich konnte gerade noch so gleichzeitig die Map wechseln auf, äh, schade, hab ich getroffen, auf Portal. Bin noch gerade ist noch rechtzeitig. Mein Kill, mein Kill, mein Kill. Boah, das war gleich mein Kill. Boah, aber das war mein Kill. Oh, nein! Verdammt. War ich nicht schnell genug. Da war ich nicht schnell genug. Boah. Ja, okay. Das ist so, wenn man da... direkt mit dem gespawnt wird, ist das echt immer fies. Einmal noch. Jawohl. Nein! Da... Jawohl! Rache ist Blutwurst, Junge. Dusche wieder, dusche wieder. Komm her, komm her, komm her. Oh, da mischt sich der andere wieder ein. Ja, komm doch. Triffst du nicht, ich treffst du ihn noch nicht. Jetzt verzieht er sich. Ah, mein Kill bekommen. Ich weiß es nicht. Wir sind aber bei 9. Jawohl! Zwei Pfeile. Oh, nein. Jawohl! Ein Pfeil. Nein, ich habe nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Hier darf ich mal den da jagen, der jetzt hier mitmischen will. Nein! Das lag, da muss bisher das Gefühl. Wo habe ich so das Gefühl? Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich habe das Gefühl. Ist das ab und zu... Achso. Nein, nicht getroffen. Ah, ich weiß es. Down wahrscheinlich. Ah, egal. Irgendwann müssen wir auch sterben. Unser letztes Leben. Die haben 13 Kills. Leute, das ist nicht gut. Wir müssen noch ein paar Kills machen. Das geht noch 40... Sekunden. Nein! Verdammt! Wir haben den Pfeil verschossen. Wir haben den Pfeil verschossen. Wir haben den Pfeil verschossen. Oh, der hat auch keinen Fall. Oh, nein. Er hat uns... Verdammt! Und da wurden wir auch schon überholt. Okay. Aber war zum Schluss ja noch ein bisschen spannend. Ja, ich weiß. Ich habe schon deutlich bessere Runden gehabt. Es tut mir leid. Schande über mich. Ich war mir hier eigentlich ganz gut drin. Vorhin auf Portal. Auf Portal hätte ich mindestens drei Kills mehr haben müssen. Mindestens. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde PvP gefallen. Wird jetzt öfters kommen. Ich habe es mir jetzt fest eingetragen. Kalender ist Samstags immer mal PvP kommt. Ernsthaft verarschen. Guckt mal im Chat. Ich habe gewonnen. Null. Muss man ja nicht verstehen. Nö. Machen wir nochmal so hier. Ja, es wird öfter Samstag... Also, nicht öfters. Es wird jetzt jeden Samstag und hier war eine feste Runde PvP kommen. Und ich werde dann nochmal gucken, worauf ich dann gerade so spontan Lust habe. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder bei. Ciao. Euer Alkira.